Anna und Walter sind jung und verliebt. Beide haben gute Jobs und ihre Zukunft sieht rosig aus. Sie haben ein prächtiges neues Zuhause. Das ist wunderschön. Alles ist wie ein Traum, der Wirklichkeit geworden ist. Es macht bestimmt Spaß, alles in Ordnung zu bringen. Du wirst singen. Das ist nun mal ein altes Haus, da kann nicht alles in Ordnung sein. Fünf Riesen? Das gehöre ich nur als Einzahlung. Muss man ein bisschen was tun. Los, sagen Sie schon, wann fangen Sie an? Sobald der Scheck eingelöst ist. Nur ein paar Schönheitsreparaturen. Haben Sie diese Hütte wirklich gekauft? Ja, hab ich. Ein bisschen Fantasie und es wird traumhaft schön. Walter! Pass auf, die Treppe auf! Hey, Mr. Feeling! Machen Sie sich keine Sorgen! Also gut, Jungs, auf Lust geht's los! Geschenkt ist noch zu teuer. Manchmal gehen Träume in Erfüllung, aber sie können einem auch teuer zu stehen kommen.